Willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2, Divi's Conquest mit dem Flash. Ich glaube ich schaff's heute nicht. Ne, ich schaff's nicht. Ne, hast du? Ne, ich hab schon. Was hast du schon? Na, hau da ab. Ist das bei dir auch irgendwo nicht Buggy hinten? Ja, ja. War doch beim letzten Mal gar nicht. Doch, nein, doch, das ist immer Buggy. Ja. Naja, ich bin gestorben. Ich hab ja da geschweichert. Weil irgendwie liegt das doch grad so ein bisschen, ne? Weiß nicht, woran's liegt. Minimal, immer so am Anfang. Weiß nicht, oh. Na, es geht. Ja, genau, Cheat, der ist mein zurecht. Na, jetzt kommt die Schlange, ne? Die Schlange ist doch geil. Du hast 15 Leben, hol mal nicht rum. Ich bin einfach nur schlecht. Du schaffst das jetzt. Ich glaub an dich. Soll ich das schon so losgehen, ne? Nein, das kann nicht gut laufen. Ja, keine Sonne. Ich spring einfach drauf. Doch nicht zu nah mit der Nase ran. Ich weiß auch nicht, warum das eben war. Vor allem ist er noch nicht mal hochgesprungen eben dabei. Ach, du bist ein Eier, Mann. Du bist ein Penis. Und ich glaub, das im Game zoll ist ganz ein bisschen leise. Und du recht laut. Ist doch geil, wenn man meine geile Stimme hört. Nein. Aber sicher. Du bist jetzt nicht. Nein. Ich bin ein hübscher Mensch. Ich wollt grad eigentlich auf den drauf sprengen. Achso. Vielleicht. Ja. Ach, jetzt hab ich den angeschubst, die Sau. Wie immer. Ja. 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 Und nochmal ja. Und nein. Nein. Aber ja. Doch. Ja, ja. Doch. Ja, hol dir noch paar Münzen. Genau, Centos. Ist klar. Du hast nachher 100 Münzen, ne? Ja. Du bist aber in diesem Level noch nicht fertig. Das kann sein. Kann auch nicht sein. Oh. Denn es kommt in Fahrt. Du musst immer den Rennknopf anhaben, ne? Ja. Hm. Immer anhaben. Dann springt der automatisch höher. Ehrlich? Das werden gleich schöne 30 Minuten. Ja. Mal wieder. Ja. Stimmt, in diesem Game gibt's noch nicht mal ein Save hier. Ja. Ist so behindert. Und komm her. Ja. Er wollte die Bananen nicht haben, der Bananenfresser. Er wollte nicht schon wieder so viel Bananen im Arsch haben. Hehe. Abstoß. Werdest du denn nicht hochkommen, wärst du abgestürzt wieder. Natürlich. Irgendwo störst du eh gleich wieder ab. Mhm. So ist das ja nicht. Hehe. Das ist auch immer zu geil. Wenn man das alleine irgendwie zockt, dann ist das... Das ist einfacher, als wenn du zusammen zockst. Ich weiß. Ja. Pfff. Ah, 5 Sekunden Sprinter. Ich glaub das war schon wieder ein Tick, dass du die letztens macht. Hm. Äh. 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 Dippt. Dippt. Doppt. 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 Dopp. Ja genau. Man muss auch nur springen dabei. Sicher. Das ist automatisch. Was so. Wusstest du das noch nicht? Nö. Wie machst du das automatisch? Warum auch immer. Warum, rein zufällig. Warum wohl. Weil ich gut bin Okay, denn Tendus, wir nähern uns dran, das hast du schon geschafft Das ist ganz gut, okay Ganz vorsichtig an den Rand, jawoll, beide geschafft Das schaffst du Das schaffst du Hallo, Koko Er kommt auf den Fass gesprungen Oh, hinterher Oh mein Gott, er hat's geschafft Er hat's geschafft, meine Güte Schaffst du eine Dreierkombination? Na, verdammt Aber es sieht gut aus für Centos Wo kommt das denn her? Ficker Boah Beificker Was ist denn los? Keine Ahnung Der Das nicht So, aber Einfach nur ein Ja, aber Ja, das war Bisschen blöd Da hättest du auf die Biene springen müssen Oder du hättest du ein paar Jobs machen müssen Nee Fick dich Nee, danke Fick dich Nein, danke Fürs Angebot, aber nein Du sollst die Silber ficken Ja, danke fürs Angebot Du bist so behinderlich Ich weiß Das ist ja nichts neu Fatzke, fatzke Ach ja Wenn wir das dann nicht mit den Pokémon Teilen machen wollen Ja Wie wollen wir das eigentlich mit den anderen Teilen machen? Warte Ach, warum springe ich wieder so früh, wenn das Schild kommt? Ja So Ich weiß nicht, ob es geht Wir haben jetzt erstmal noch Kristall und Silber und Gold dazwischen Ja, ja Da war ich nicht Nein Nein, war ich nicht Ja Dann wollte ich das dann alleine Genau, gleich kommt die nächste Münze Ich sage, du hast eher 100 Münzen als das Level durch Das kann sein Das kann sein Das kann sein Hallo Okay, der hat den ersten überhin Mal gucken, ob er die Doppelhindernis in dem 100 Meter Lauf schafft Nein, er hat die 100 Meter Hürde auch überwunden Synchronspringen Ein tiefer Sprung ins Becken Die drei Hürden Ab ins Dornbeet Da eine Doppelhürde hinterher Jetzt kommen die Fässer noch in Angriff Die Biene Ah, jetzt musste Ja, ich weiß Doppelsynchronspringen im Dreierlauf Er hat es geschafft Was ist los mit diesem Mann? Was ist los mit diesem Mann? Diese alte Stelle kennt er doch bekannt Auf die Biene und hinterher Gleich kommt ein Save Pass auf, das ist gemein hier, die Stelle Das war so klar, dass ich verrecke Jetzt unten langsteigen, müssen hochspringen und dann weiter Nein Doch Nein Du bist weitergekommen Los, Centos Dein Arm Was ist mit dir los? Weiß ich nicht Ich hasse das, Waze Das ist das Einzige, was ich wirklich hasse, weil das so schnell geht Das eine, was du noch gesagt hast Ja, ich mag Pass auf, da kommt noch ein Waze Das ist viel interessanter Nein, ich krieg's nicht Doch Ach, okay Ja, meine Augen werden alt Ach, sei ruhig Hätt jetzt mal nicht springen können Oh, knapp, knapp, knapp Knapp, knapp, knapp Knappi Wie er anfängt ruhig zu werden, wenn er das fährt Die hat das dringige Fat, so Oh, ha hat, ho, ha Das ist aber hui, Absturz, hui, hui, hua, spring, nicht spring, 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 nicht spring, springen, springen. Na, schaffst du das jetzt, schaffst du das, schaffst du das, oder stürzt du vorne noch ab? Das ist im Maul. Ich glaube, ich stürzt vorne noch ab. Ich hoffe, es ist noch mal ab. Boah, du Drecksack, ne? Ich hasse dich! Boah, das war der letzte. Ja, genau. Ja, ja.